Also, mein Name ist Eduard Obholz. Ich bin der Inhaber von der Firma Seragem. Heute werde ich erklären, wie funktioniert diese wunderschöne Thermal-Akupressur-Massage-Lege. Ich bin Susanna Jovanovic und bin über 20 Jahre im Pflegeberuf und habe auch natürlich ziemlich lange schon Rückenprobleme deswegen und habe mich beim Orthopäden über Therapie informiert und er hat mich natürlich weitergeleitet. Ich hatte auch Sport gemacht, medizinischen Sport, Massagen habe ich bekommen, was auf kurzer Dauer nicht viel geholfen hat. Alle unsere innere Organe sind mit dem Gehirn verbunden selbstverständlich und die Nachrichten gehen über die Wirbelsäule. Das heißt, hätte man in der Wirbelsäule Beschwerden, kann man auch mit Organen oder Körperfunktionen Probleme bekommen. Natürlich habe ich weiter dann geschaut und dann bin ich in Facebook rein und da habe ich Seragem kennengelernt. Wenn der Anwender sich auf die Liege legt und in der Liege ist so ein interner Projekter integriert, auch der wird warm. Da wird Infraotwärme ausgestrahlt. Aber wichtigste Funktion ist, dass dieser Projekter hoch und runter fährt und wenn er stehen bleibt, wird die Wirbelsäule gestreckt. Jede Bandscheibe wird bewegt und es ist natürlich sehr schön für Entspannung auch die Muskulatur und die Wirbelsäule Korrektur, weil der Projekter ja hin und hier gerade fährt. Bei Skoliosen, bei Verspannungen, bei Bandscheibenabnutzungen. Ich bin natürlich hingegangen und habe auch Probe-Massagen gemacht, was mir auch sehr geholfen hat. Ich bin auch schon zwei Wochen dabei. Ich fühle mich wohler. Ich bin schmerzfrei und fühle mich gesund. Das Besondere daran ist, dass die von unten bis oben Infraotwärme ausstrahlt, so ähnlich wie eine Infraotkabine. Nur hier der Vorteil ist, dass man da liegt. Das heißt, im Liegen ist die Wirbelsäule auch entspannt. Dadurch bekommt ein Anwender auch Massage. Die Wirbelsäule wird gestreckt und korrigiert. Das heißt, durch Anwendung der Liege bekommt die Anwender Massage, Korrektur der Wirbelsäule, Schiffenbeckenstammkorrektur. Mein Name ist Petra Lindenmann. Ich bin zu Sera Cem gekommen durch eine Freundin von mir. Die hat mir Sera Cem empfohlen und die war total begeistert. Die hatte selber Probleme mit dem Bewegungsapparat. War dreimal auf der Liege gelegen und hat gesagt, solche Verbesserungen hat sie vorher noch nie gespürt. Und dann bin ich neugierig geworden. Dann bin ich zu Sera Cem gegangen und habe es ausprobiert. Ich war sieben Mal auf der Liege gelegen. Und ich muss dazu sagen, ich bin selbst Softwareentwicklerin. Das heißt, ich habe einen Bürojob. Ich sitze den ganzen Tag am Rechner. Habe dadurch entsprechend auch schon in jungen Jahren die Probleme mit den Schultern, die nach vorne gehen. Ich habe rechte Schulter, totale Probleme und allgemein meine rechte Seite, auch in der Hüfte Probleme. Ich war auch schon beim Orthopäden und habe verschiedene Dinge ausprobiert. Die Infrarotwärme geht ja tief in den Körper rein und somit kann man auch eine bessere Durchblutung schaffen. Die genannten Jadesteine, die ich schon gezeigt habe, fahren genau an diesen Meridianen und dadurch bekommt man auch je nach Programm Akupressur. Das heißt, diese Trägerpunkte, die mit Organen verbunden sind, werden aktiviert. Und wie ich jetzt zu Seracem gekommen bin, ja, es ist echt der Wahnsinn. Also man liegt auf dieser Liege, man muss nichts tun außer liegen und es ist einfach so ein schönes, warmes Gefühl. Das heißt, die Liege ist auch als Wellness natürlich sehr schön zu benutzen und zum Vorbeugung. Nebenwirkungen gibt es da keine. Auch Kinder können auf die Liege gehen, besonders im Schulalter ist ja auch dann die Haltung vom Handy und der Blick nach unten. Und das ist auch sehr begünstigt, auch für junge Menschen oder Sportler und so weiter. Am Anfang, ja, hatte ich Schmerzen, aber es hat sich jetzt in kurzer Zeit schon echt sehr, sehr viel verbessert. Ich habe die Liege jetzt anderthalb Monate zu Hause und liege jeden Tag drauf, weil es einfach nicht nur Schmerztherapie ist, sondern es ist auch wirklich Wellness zu Hause. Man liegt da einfach drauf, kann schöne Meditationsmusik auflegen und es ist wirklich wie im Wellnesscenter, nur dass man nirgendwo hinfahren muss und es zu Hause machen kann. Man sagt, dass die Wirbelsäule lebendiger Nachrichtenübermittler ist. Was bedeutet das? Durch unser Gehirn über die Wirbelsäule werden eigentlich alle Organe und Körperteile gesteuert. Zum Beispiel wäre hier eine Blockade in dem Brustbereich, könnten unter Umständen auch Herzprobleme da sein. Wäre hier im Brustbereich zum Beispiel T6-Nerv eingeklemmt, könnte auch dann die Magenprobleme haben. Ja und so weiter wäre hier ein Problem. In der Lende kann man auch andere Beschwerden bekommen. Das heißt, durch die Behandlung der Wirbelsäule kann man auch einige Probleme lösen. Und es hat mir definitiv Lebensqualität zurückgegeben, weil ich einfach weniger Schmerzen schon habe in so kurzer Zeit und ja, wie gesagt, ich hoffe, in ein paar Monaten ist es dann komplett weg. Bevor man die Organe behandelt, sollte man die Wirbelsäule kontrollieren. Das ist ja wohl bekannt. Das heißt, über die Streckung der Wirbelsäule auf unsere Serachem-Therapie-Liege kann man auch mit Organen Verbesserungen bekommen. Ich bin hier zu Serachem gekommen und die Betreuung, die war echt super. Die Gabi, die hat mich, das war vor Weihnachten, hat mich immer sehr nett empfangen, hat mir alles erklärt. Ja, war super, super betreut, hat mich super aufgehoben gefühlt. Ja, es war ein tolles Erlebnis. Also ich kann es vielen Leuten empfehlen, nicht nur älteren, auch jungen Menschen als Vorbeugung und für längere Zeit gesund bleiben und gesund im Alter werden. Ich habe die Liege zu Hause und meine Schwester war zu Besuch. Und meine Schwester, die hat zwei kleine Kinder. Die trägt die Kinder den ganzen Tag rum und die hat jetzt auch schon Rückenschmerzen und hat die Liege ausprobiert. Auch mein Schwager, wir waren beide super begeistert und haben auch sofort gesagt, die Liege wollen wir auch haben. Möchten Sie mehr erfahren, dann kommen Sie vorbei und probieren Sie es aus.